Hallo und herzlich willkommen zu Tacheles, die letzten Tage. Ja, was haben wir hier? Das ist so eine Art Podcast. Nur Podcast ist natürlich jetzt für einen RTL-Zuschauer nicht zu abonnieren. Keine Chance, da müsste man quasi eine schriftliche Anleitung, die dann wieder nicht gelesen werden kann. Also lassen wir das mal. Machen wir einfach ein Video draus. Also wir tun so, als wäre es ein Video. Manche fallen drauf rein. In Wahrheit ist es ein Podcast, aber es sieht aus wie ein Video. Cooler Trick. Was hatten wir denn? Konfett Cup. Super Sache. Super Sache. Ich finde es total cool, allein weil eine BC, was auch immer, Nationalmannschaft den Cup gewonnen hat. Heißt, wir brauchen die ganzen Millionäre gar nicht. Wir können die anderen schicken. Ist wahrscheinlich billiger. Leider habe ich nichts gesehen. Das Ganze ist ja in Russland und von wegen politisch korrekt und so kann ich das natürlich nicht gucken. Alle Sportveranstaltungen, die in Diktaturen stattfinden, gucke ich nicht. Aber alles in allem, ich gratuliere den Underdogs auf jeden Fall und seht zu, wie er klarkommt. Was ist noch? Ach ja, Helmut Kohl. Helmut Kohl hat seine letzte Reise angetreten. Nee, schon beendet eigentlich. Aber man kann ja über Helmut Kohl sagen, was man will. Fest steht, er ist tot. Und ich hoffe, er bleibt. Und einige wenige Nachsätze. Was haben wir denn? Also ich finde, Helmut Kohl mag Kanzler der Einheit sein, weil er gerade Kanzler war, als die stattfand. So viel dafür getan hat er nicht. Ich glaube, da waren ein paar Leute in der ehemaligen DDR, die haben deutlich mehr getan. Aber er hat immerhin blühende Landschaften versprochen. Mehr nicht, aber gut. Wir können ihn jetzt über den Kleeleben loben, aber ich würde sagen, wir vergessen ihn, wie es wahrscheinlich alle Leute unter 25 ohnehin schon getan haben. Und damit werden wir seinem Lebenswerk auch gerecht. Was haben wir noch? Ja, die Ehe für alle. Super Sache. Vor allen Dingen, dass die CDU jetzt erlaubt hat, dass es Abgeordnete in ihren Reihen gibt, die dafür stimmen. Das finde ich ja fast besser als die Ehe für alle. Da hat man mal kurz gesehen, ein kurzes Aufblitzen der Demokratie. Der Fraktionszwang wurde aufgehoben. Für alle, die es nicht wissen, was Fraktionszwang ist. Also in Deutschland funktioniert Demokratie so. Wir wählen Leute, die heben dann den Arm, wenn ihr Chef es ihnen sagt. Und ihr Chef sagt es ihnen dann, wenn ihm von irgendwelchen der mehreren tausend Lobbyisten, die im Bundestag ein- und ausgehen, denen gesagt hat, also sie kriegen quasi Anweisungen von Firmen. Die sagen denen, welches Gesetz sie gerne hätten. Das geben dann die Fraktionschefs an die Fraktion weiter und die darf dann bei der Abstimmung den Arm heben. Das ist Demokratie in Deutschland. Was allerdings passiert, wenn es so, ich sag mal, wenn keine Geschäftsfelder beeinflusst werden, wie bei der Ehe für alle. Da ist niemand aus der Industrie tatsächlich dafür oder dagegen. Das heißt, die CDU hat gemerkt, hier können wir mal machen, was wir wollen. Haben sie dann auch. Aber sie haben sich ein Hintertürchen aufgelassen. So ist es ja nicht. Sie haben jetzt die Hoffnung, dass irgendwer klagt vom Verfassungsgericht, Grundgesetz und so. Und die Richter dann feststellen, dass die Ehe laut Grundgesetz doch eher was für Heteros ist. Was haben wir denn noch? War noch irgendwas? Ach ja, in Düsseldorf war Tour de France. Tour de France, super. Tour de France, France ist dieses Land. Unsere Erzfreunde. Und die sind jetzt quasi mit ihrer größten Sportveranstaltung in Düsseldorf gestartet. Was super war von Düsseldorf als Idee. Allerdings hatten sie die Rechnung ohne Petrus gemacht. Das Wetter war etwas regnerisch. Viele Radfahrer fanden das aber super. Die waren so begeistert. Die haben sogar den Boden geküsst, auf den der Regen fiel. Aber alles in allem finde ich das super. So Großveranstaltungen, das hat was. Taschendiebe, übel riechende Menschen. Wobei im Regen, gut, die wurden geduscht. Auch schön. Naja, egal. Ich gucke sowas ja auch nicht mehr. Die sind alle gedopt, sage ich immer. Und der Witz ist, das stimmt. So, was hatten wir noch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt erstmal alles. Weil wir wollen ja lieber nicht nur Wahnsinn und Wahrheit, sondern auch Kurzweil statt Langweil. Darum sage ich jetzt mal, tschüss. Also Tacheles sagt tschüss bis die letzten Tage.